Schon seit jeher prägen die Kirchenbauten das Stadtbild. Das gilt in besonderem Maße auch für München. Neben den Pfarrkirchen gab es Friedhofskirchen, Klöster, das Jesuitenkolleg, kleinere Damenstifte und viele private Kapellen. Mit St. Peter und der Frauenkirche besaß München zwei Pfarrkirchen. Die ältere ist die Peterskirche. Aufgrund des raschen Bevölkerungswachstums wurde 1271 die Pfarrei neu gegliedert und eine neue Kirche gebaut, die Frauenkirche. Das Gebiet um das Heilig-Geist-Spital wurde zugleich zur dritten Pfarrei erhoben. 1468 wurde ein Neubau der Frauenkirche nötig, da der Vorgängerbau in schlechtem Zustand war. Der spätmittelalterliche Großbau hätte zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung 1488 alle rund 13.000 Einwohner Münchens problemlos alleine aufnehmen können. Zur Kathedrale des Erzbistums München und Freising wurde die Frauenkirche übrigens erst im Jahr 1821. Bald nach ihrer Entstehung siedelten sich schon die Bettelorden in München an. Sie bauten ihre Klöster in die Bereiche der Stadterweiterungen. Die Franziskaner siedelten zunächst vor der Stadt, am heutigen Jakobsplatz im Angerkloster. Sie übergaben den Standort jedoch schon 1282 an die Klarissen und bezogen ein neues Kloster im Bereich des heutigen Max-Josef-Platzes. Im krassen Gegensatz zur kleinteiligen Architektur der mittelalterlichen Bettelordensklöster steht das Jesuitenkolleg. Es wurde ab 1574 erbaut und erst nachträglich ins Modell eingefügt. Die riesige Anlage gleicht einem Palast. Die einheitlich gestalteten Fassaden brachten die italienische Renaissance in die Stadt. Die einheitlich gestalteten Fassaden brachten die Stadt.